BM 15 Channel Infokanal Bezirksmuseum Rudolfsheim 5 Haus Ah, da seid ihr ja. Ja, das Museum ist zu, Lockdown, man darf auch niemanden mehr treffen, deshalb sitze ich heute hier allein. Und vielleicht habt ihr es schon erraten, was ich heute hier mache. Meine Lieblingsbeschäftigung, Abrechnung. Ja, das Museum ist zwar ehrenamtlich, bekommt aber natürlich Budget und so muss jeder Cent auch vermerkt werden, so ähnlich wie in einer Bilanz halt auch. Und da das Jahr jetzt eh sich schon zum Ende neigt, bereite ich das schon mal vor, damit wir das nachher dann gemeinsam fertig machen können. Wisst ihr eigentlich, woher der Apakus stammt? Das Wort Apakus kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie Tafel oder Brett. Mit dem Apakus kann man prima addieren, subtrahieren, multiplizieren, dividieren, aber auch Quadrat- und Kubikwurzel rechnen. Der Apakus ist das älteste Hilfsmittel zum Rechnen, ungefähr 4.200 bis 4.500 Jahre alt. Und erfunden haben ihn wahrscheinlich die Sumerer. Das ist nicht ganz gesichert. Die Sumerer, das ist das Gebiet im heutigen Irak. Und der Apakus ist von den Händlern in Arabien und Persien und Indien benutzt worden und hat sich dann über diese Wege nach Europa verbreitet. Wie man damit rechnet, das könnt ihr euch ja mal auf YouTube anschauen. Der erste mechanische Taschenrechner, den man wirklich in die Tasche stecken konnte, war die Kurta. Entwickelt wurde die Kurta in den 1940er Jahren von Kurt Herzstark. Und das Haus der Firma Rechenmaschinenwerk Austria, Herzstark und Co. befand sich bei uns im 15. Bezirk. Genau an der linken Wien-Zahle 274. Und dort wurden die verschiedenen Austria-Rechenmaschinen entwickelt und hergestellt. Der erste elektronische Taschenrechner, der wirklich auch in die Hand gepasst hat, den hat 1967 die Firma Texas Instruments entwickelt, eine Firma in den USA. Das hier ist so ein Beispiel. Der hier ist auch schon wieder 35 Jahre alt. Also ihr seht, alte Dinge haben bei uns Tradition, aber das ist ja auch unser Job. Ja, wie ihr seht, ich habe noch ein bisschen was vorzubereiten. Hoffentlich sehen wir uns am 7. Dezember wieder, aber das ist auch noch nicht sicher. 7. Dezember, 17 bis 19 Uhr, Rosinagasse 4 im 15. Bezirk. Macht's gut, euer Maurizio. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.